Jo Leute, Gladbach, dies, das am Tag nach dem Heimspiel gegen Dortmund. Ich habe jetzt auch die Zähne gesehen gegen Ngumu und muss ganz ehrlich sagen, ja, richtig hartes Foul, aber er spielt tatsächlich vorher den Ball und ja, ich glaube, da ist Dunkelgelb tatsächlich okay und ja, der Schiedsrichter hat es auch genauso gesehen und hat es auch so bewertet und hat gesagt, wenn er vorher nicht den Ball spielt, dann wäre das rot gewesen. Ja, trotzdem bleibt es irgendwie dabei, gegen 10 Dortmunder keine Torchancen rausgespielt, das ist zu wenig.